Ich lege ihn nachher vor. Werke von Amanda Lear. Amanda, see you, welcome. Ich spreche Deutsch. Ein bisschen Deutsch, ja. Nimm das Mikrofon. Ja, viele werden Amanda Lear natürlich als Sängerin kennen, aber sie ist auch eine Malerin. Was war denn zuerst da? Die Sängerin oder die Malerin? Ich weiß, die Leute kennen nichts, dass Amanda Lear am Ersten war, eine Malerin für 20 Jahre. Das war meine große Liebe. In der Schule, und dann war ich in der Kunst-Art-School in London. Und dann, das ist nur fünf oder sechs Jahre, dass ich einen großen Erfolg als Sängerin gemacht habe. Und alle Leute haben vergessen, dass ich war erst eine Malerin. So, ich habe jetzt am Anfang noch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe es für Painting. Und ich habe meine erste Ausstellung in Paris gemacht. Das war für mich mehr exciting als meine erste Golden Platte. Also, die Ausstellung in Paris, ich übersetze das Deutsch ein bisschen. Also, die erste Ausstellung war viel aufregender für Sie als die erste Single. Warum eigentlich? Warum? Weißt du, das war das erste Mal, dass ich mal etwas, mich selber, mit meinen Händen und mit meiner Arbeit mache. Und nichts in einem Studio mit vielen bekannten Musikern. Also, für die Musik sind mehrere verantwortlich. Ja, das ist ein Teamwork. Malerei ganz alleine. Aber das ist ganz alleine. Das ist eine Zeichnung von Elton John. Und Elton hat mich gefragt... Da wird also noch ein Gemälde danach gemacht. Das ist nur die Skizze. Yes, das ist ein Study. Und wir wollen ohne Brillen sein. Ohne Brille. Elton John. Das ist auch eine Study von der Lady hier. Das ist eine Study von der Lady mit Pearls. Weißt du, das erste ist mal mit Pencil. Ja, mit Beistift. Ich mache Zeichnung. Und dann ich bringe eine Leinwand, genau weiß. Und das ist eine große Angst. Du bist ganz alleine mit deiner Leinwand und anfangen mit Farbe, die Öl. Ja. Und das ist eine exciting Arbeit. Ein weißes Blatt. Und guck mal, das hier ist der Popes. Johannes Paul, der Zweite. Yes, ich werde ein Portrait von Johannes Paul machen. Und ein Geschenk. Ich kann nichts zahlen, natürlich. Da wird es sich vorhin. Man erkennt ihn ganz deutlich. Ziehst du dann den Rock an oder ein langes Kleid, wenn du den Papst besuchst? Nein, nein. Der Papst ist im Wasser. Der Papst schon, aber du. Ich meine, der Papst wird im Wasser gezeichnet. Aber ist das der Kostüm für den Pope, oder wenn du ihn verändern kannst? Nein, nein, nein. Ich glaube, wir müssen ganz in Schwarz sein. Ganz in Schwarz. Ganz seriös. Keine skandalose Manödie. Sowieso Manödie ist nichts mehr als skandaloses. Das ist der Künstler, finde ich. Finde ich. Amandalia ist wieder. Na, sowas hat sich Amandalia geläutert. Das ist griechischer Künstler, griechischer Kopf. Ja, das ist das beste. Amandalia, ich glaube, ich habe auch in den Gemälden so eine kleine... Nein, nein. Kunst ist erlaubt. Ich habe in den Gemälden auch... Hier fehlt er. Ich habe in den Gemälden auch so eine kleine Annäherung an Dali gesehen. Ist das richtig? Hat er dich beeinflusst? Dali war mein Teacher. Ich war mein... How do you say Teacher? Lehrer. Dali war Ihr Lehrer. Und ich war ganz jung. Ich kam von London mit Mini-Rocken. Und ich war frisch aus der Kunstschule. Und ich habe mit Dali getreffen in Paris. Und für mich, ich war fasziniert. Das war der größte Maler in der Welt. Und das war schon 50 Jahre, das war 65 oder so. Und Dali hat mich nichts adoptiert, aber... Inspiriert. Inspiriert. Ja, wie ein Kind. Annektiert. Und für alles diese Jahre, ich war mit Dali in seinem Studio, in Katerkes. Und er hat mich gelernt. Hatsui, Hatsui hat dir ein bisschen beigebracht, also gezeigt einiges. Wie die Farbe zum Mal, wie der dieser Himmel macht ganz blau. Eine enthusiastische Künstlerin, eine engagierte Malerin. Wir werden sie natürlich aber heute trotzdem auch noch als Sängerin zeigen. Denn sie hat die Singerei nicht aufgegeben. Und da ist auch nicht schlecht. Darf ich? Kannst du diese Song? Ich sag's an. Ja, es ist ein Lied, das Sie vielleicht kennen. Darf ich dich gleich hinter die Bühne bitten? Das war Amanda Lee als Malerin. Sie kommt gleich wieder als Sängerin. Und als...